Wir sind hier bei Toiletto, direkt am Bahnhof Wellingsbüttel und haben jetzt einfach mal die gemischte Käseauswahl, die gemischten Antipasti, das heißt das gemischte Gemüse bestellt und zweimal Wein. Und lassen wir uns jetzt mal überraschen, was da jetzt kommt. So, das Essen ist gerade gekommen. Eigentlich wollte ich beides von Anfang an noch einmal voll drauf bringen. Jetzt haben wir ja bei den Bierlappen mal schon angefangen, das auf die Teller zu machen, aber ich zeige nochmal drauf. Das hier ist der Antipasti-Teller mit Mozzarella, Tomate, hier lag die Aubergine, jetzt schon auf meinem Teller. Kirschtomate, Zucchini, drei Sorten Paprika, Frühlingszwiebel und frischen Pilzen. Und hier ist der Käseteller mit Parmesan, das sehe ich eindeutig. Das hier ist ein Edelpilzkäse und was das und das ist, muss ich erstmal noch ausschmecken mit Feigensenf und Trauben. Und das probieren wir jetzt erstmal. So, es hat uns gefallen, wir kommen wieder.